Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. In diesem Video geht es darum, dass ich euch drei Darstellungsformen von Ebenen vorstellen möchte. Und zwar Parameterdarstellung, die wohl bekannteste in der Form. Die normalen Formen, also nicht, dass wir uns die gängige, würde so geschrieben werden. Und die Koordinatengleichung, das wäre das hier unten. Da würde ich dann so ein paar erklärende Worte zu sagen. Richtig tief gehe ich dann in anderen Videos in diese Form ein, wie man vielleicht auch zwischen den Formen wechselt. Jetzt erstmal nur so zur Erklärung. Und ich habe dazu eine Ebene, das ist das orangene hier. Hier auch das E, die Ebene E. Wenn ich drüber gehe, wird es ein bisschen heller. Und diese Ebene soll dargestellt werden. Das ist halt eine, die parallel jetzt zu dieser grauen Ebene ist, zu der XY-Ebene. Und das ist einfach ein bisschen einfacher zu erkennen, was ich meine. Okay, da die einfachste Darstellungsform, oder die einfachste, nicht, sondern die erste Darstellungsform, wohl auch immer die Parameterdarstellung ist, die man so kennenlernt, fange ich auch damit an. Also, wie gesagt, schreibweise, die Ebene E, Doppelpunkt, dann mit der Gleichung. Und wir benötigen hier also erstmal einen Vektor A. Den habe ich hier unten. Den roten, das ist der Stützvektor, der startet im Ursprung, zeigt auf den Punkt A und stützt meine Ebene. Ich habe den Vektor U und den Vektor V. Und mein Vektor U, wenn man es so schlecht sieht, darum ist es verschwunden, ist mein grüner Vektor. Und mein Vektor V ist der blaue. Und R und S sind Parameter, daher hat die Form auch ihren Namen, Parameterdarstellung. Und die sorgen dafür, dass unsere Vektoren, ja, sowas wie variabel sind. Ich habe das hier mal mit Schiebereglern realisiert. Wenn ich meinen, äh, den Regler S bewege, seht ihr, dass der Vektor V kürzer oder länger wird. Oder wenn ich eine negative Zahl nehme, auch in die andere Richtung geht. Und dasselbe auch mit dem grünen passiert. Und dennoch, ich mache hier mal unbeschossene, das ist das negative, und kipp das mal. Auch diese beiden Richtungsvektoren beschreiben immer noch die Ebene E. Übrigens, ähm, dass die Ebene so ein bisschen ausgeblendet wird am Rand, heißt, sie hört hier nicht auf, sondern ich habe diese Box, in der wir, ja, in der ich betrachte, so ein bisschen, ähm, begrenzt klein gemacht. Weil sonst die Zahlen so klein wären, um das ein bisschen blöd ist, um zu navigieren. Also, diese Ebene ist gar nicht so 100% genau bekannt. Sie geht also weiter als meine Grenz in der Box. So, ich schneide jetzt hier auf 5. Also, ähnlich wie bei der Geradengleichung in Parameterform, ähm, ist jetzt auch also die Ebenengleichung in Parameterform. Ich habe einen Stützvektor, und dieses Mal habe ich zwei Richtungsvektoren. Ja, und das Einzige, was zu den Richtungsvektoren noch zu sagen ist, ich glaube, das sieht man hier auch ganz gut, sie müssten sich irgendwie hier im Punkt A treffen können, also sie dürfen nicht parallel sein. So, drehen wir wieder zurück. Und das ist wohl die gängigste Art und Weise, ähm, eine Ebene zu beschreiben, oder sagen wir mal, es war die erste. Äh, dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, die normalen Form. Bei der normalen Form brauchen wir den normalen Vektor. Ich blende ihn jetzt mal ganz kurz an. Den habe ich hier in lila. Äh, das ist noch ein bisschen hoch. Aber ich kann hier die beiden Richtungsvektoren ändern. Ich mache noch 1,1. Und dann seht ihr, dann kommt ihr auch zurück. Ähm, dieser normalen Vektor, der lila, ne, der muss orthogonal sowohl auf dem Vektor U, als auch auf dem Vektor V stehen. Also, ich habe sowohl hier jetzt einen rechten Winkel, als auch hier einen rechten Winkel. Und, ähm, ich versuche das noch mal so ein bisschen so zu machen, so. Und wenn ich die Richtungsvektoren ändere, dann seht ihr, ändert sich auch der normalen Vektor. Aber er bleibt immer senkrecht auf beiden. Er wird nur ein Vielfaches von dem, was gerade war. Also, länger oder kürzer. Er kann übrigens auch tatsächlich in die andere Richtung gehen. Wenn ich beides in die andere Richtung mache. Nö, will er nicht. Also, er dürfte auch nach unten zeigen. Dann wäre er immer noch senkrecht auf den beiden Vektoren U und V. Und wäre immer noch einen normalen Vektor. Und, wie gesagt, es gibt also ziemlich viele, so um die unendlich, weil das Vielfache davon auch alles normalen Vektoren sind, die man nutzen kann. Und, ich habe es ja jetzt ja die Schieberegler mal auf 5 begrenzt. Dann ist er schon richtig weit weg und, ja, hier aus dem Bild raus. Und ihr seht auch schon so ein bisschen, dass der normalen Vektor offensichtlich irgendwas über diese beiden Richtungsvektoren sagt. Und das ist auch genau das, warum wir auch den nehmen können. Ähm, so, ich mache nochmal da noch ein bisschen kürzer. Eins. Eins und eins und eins. Oder nicht so weit. Weg ist. Das ist auch genau der Grund, warum man jetzt sagen kann, bei der normalen Form, ich benötige einen Punkt, der auf der Ebene ist. Also, ich könnte hier wieder meinen Punkt A nehmen, wo ich zuvor auch den Stützvektor habe drauf zeigen lassen. Dann wäre das dieser Vektor hier, A. Und ich kenne einen normalen Vektor. Übrigens, ganz oft wird das auch normal Vektor, normal Form gesagt. Das ist nicht ganz richtig, aber wundert euch nicht, wenn das mal jemand sagt, wer meint denn meist das Richtige. Ähm, und das Interessante ist jetzt, also, ich gehe mal kurz die, weite hier vorne raus, so, ich habe jetzt noch einen normalen Vektor und einen Punkt auf der Ebene, so lässt sich das also auch beschreiben, dass wenn ich jetzt momentan diesen normalen Vektor mit dem Vektor, ähm, ja, multipliziere, vektoriell multipliziere, ähm, dass es dasselbe ist, als wenn ich einen Vektor auf einen anderen Punkt zeigen würde und normalen Vektor da oben drauf setze. Das ist dieser Zusammenhang hier. Also direkt der normalen Vektor mal den X-Vektor, das ist übrigens dasselbe X, wie nachher das, also das, was rauskommt, sag ich mal, ist gleich N-Vektor mal A-Vektor, das ist jetzt hier das, was ihr gerade seht. Und kann man sich auch vorstellen, dass das wirklich rauskommt. Denn der normalen Vektor hängt ja unmittelbar mit diesen beiden Richtungsvektoren zusammen. Und wenn dieser Zusammenhang hier oben gilt, dann kann ich hier auf diese Seite, also das, was auf der Seite ist, auf die andere Seite bringen und das N ausklammern, dann habe ich diesen Zusammenhang. N-Vektor mal, Klammer auf, X-Vektor minus A-Vektor gleich 0. Und das ist auch genau die Form, die man in der Regel in den Schulbüchern findet, zur normalen Form. Und wundert euch nicht, dass es jetzt hier mal Sternchen dazwischen sind. Das ist richtig. Und zwar hat das den Hintergrund, wenn ich zwei Zahlen miteinander multipliziere, nämlich den klassischen Punkt, wenn ich zwei Vektoren miteinander multipliziere, nehme ich ein Sternchen. Und ganz oft ist es so, dass wenn ihr, wenn ich nachher richtige Mathematikliteratur schaut, also eher nicht Schulliteratur, dann fallen die Striche auf diesen Vektoren weg. Also man kann nicht mehr den Strich oben drauf und sieht nicht mehr, dass es ein Vektor ist. Dann erkennt man aber durch das Multiplikationszeichen, dass das davor und danach offensichtlich noch Vektoren sein müssen. Okay, also es gibt eine zweite Darstellungsmöglichkeit, die normalen Form. Da benötige ich einen normalen Vektor und einen Punkt auf der Ebene, den ich kennen muss, um diesen Vektor A zu generieren. Und dieser normalen Vektor kann übrigens das Kreuzprodukt der beiden Richtungsvektoren sein, aber später nochmal mehr dazu. Und wenn wir die normalen Formen haben, sind wir schon fast automatisch auch in der Koordinatenform, dass wir mich nur noch umformen. Ich habe die Klammer hier wieder aufgelöst bei dieser Form. n mal x minus n mal a gleich 0. Das ist also das hier. Und dann seht ihr schon, wenn ich tatsächlich zwei Vektoren miteinander multipliziere n und x und die einzelnen Einträge daneben, dann muss ich n1 mal n2 plus n1 äh n2 mal x2 so muss ich das sagen. Also nochmal n1 mal x1 plus n2 mal x2 plus n3 mal x3 nehmen. Dann hätte ich das hier vorne gemacht. Und hier drin ist der n also wenn ich jetzt das mache, der normalen Vektor muss ja bekannt sein. Also hier habe ich Zahlen als Eintrag. Ich hätte hier also auch schon direkt Zahlen. Und multipliziere jetzt mit dem Vektor a der muss ja auch bekannt sein, da ja der Punkt a bekannt sein muss, damit ich es überhaupt beschreiben kann. Das heißt hier multipliziere ich Zahlen in Vektoren. Das heißt da kommt eine Zahl raus. Minus eine Zahl und sobald ich minus eine Zahl auf die andere Seite bringe wird sie in der Regel d genannt. Also hier kommt einfach eine Zahl raus. 48 oder irgendwie so was. Und hier vorne stehen natürlich auch Zahlen. So 1, 2, 3. Also 1 mal x1 plus 2 mal x2 plus 3 mal x3 gleich 48. Irgendwie so was. Das ist dann die Koordinatengleichung. Und ihr seht die Zahlen vor den x1, x2, x3 das sind die Einträge des normalen Vektors. Die kann man direkt ja wieder rauslesen. Aber wie gesagt wie man von den einzelnen Formen in eine andere übergeht da mache ich noch Videos zu auch zu dem normalen Vektor mache ich noch ein Video zu. Das sollte jetzt erstmal so eine Gegenüberstellung und so ein bisschen Erklärung sein. Und es war es auch schon wieder bis hierhin. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe es hat euch gefallen.